Schon wieder fällt die Reli einfach um. Herzlich willkommen meine lieben Leute zu einer neuen League of Legends Reaction. Soeben ist gerade ein neuer Cinematic erschienen, von Wild Rift sogar. Duel with the Devil soll wohl ein High Noon 2022 Skins Trailer sein. Ich habe es nicht kommen sehen, aber trotzdem werden wir jetzt darauf reagieren. Und let's go, let's do it. Schauen wir es uns an. Normalerweise reagiere ich ja nicht auf jedes Cinematic Video von Wild Rift, aber nachdem ich jetzt diesen Pixel hier gesehen habe, habe ich mir das eigentlich schon ausgereicht. Ich hoffe, das wird cool, aber das sieht auf jeden Fall richtig mega aus. Daher, let's jump to it. Liken können wir schon bei Riot Games. Okay, let's go. Wir sind im wilden Westen. Ist es Irelia? Trash? Wie ist das? Das ist eine Laterne. Weg mit deiner Seele. Oh. Nice. Oh, die Ulti? Das war die E. Schon wieder fällt die Irelia einfach um. Äh, Pantheon? Ash. Dieser Ash-Skin ist auch sehr nice. Uh, die Ulti. Nice. Cool. Stimmt, Pantheon hat ja gar keinen High-Noon-Skin, glaube ich. 2 gegen 1, äh. Kommt vielleicht jemand als Backup oder Trash? Oh, nice. Okay, das war es schon. Ja, das war cool. Das war sehr cool. Sehr cool auf jeden Fall, wie wir hier Trash-Squeue sehen. Erelia ist W oder Ulti? Das war doch eigentlich die W, oder nicht? Ja, das war die W. Jetzt gleich kommt die Trash-Ulti. Bam. Und das sollte bestimmt die E sein, weil sie halt noch backed wird. Sehr cool. Und jetzt kommt es Ash-Type. Dieser Ferd, auch ingame, sieht wirklich mega aus von diesem Skin. Badass Walk. Howdy. Nice. Auf jeden Fall super, Kusuma. Jetzt stellt euch vor, Riot Games würde eine Serie machen mit diesem Art-Style, ey. Im wilden Westen-Stil. So genau in diesem Universe. Das wäre doch eigentlich voll cool, oder? Inzwischen haben wir ja schon einige High-Noon-Champions. Die Qualität ist einfach... Und nochmal so ein Wallpaper-Moment. Den ganzen Blades mit seiner Lantern. Für einen Ash hier richtig... Für einen ADC macht sie aber viele Assassin-Moves, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall... Das war geil. Ich hoffe, da kommt mehr. Also, da wird auch definitiv mehr kommen. Wild Drift macht ja immer wieder solche... ...ganz kurzen, aber qualitativ hochwertigen Videos. Und ich bin gespannt aufs nächste. Hoffentlich wird irgendwann mal auch Camille wiederzusehen sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Lasst ein Like da, ein Abo, falls ihr Bock habt. Und passt auf euch auf, ey. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.